Hallihallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt für unseren Fun-Dienstag mit den VW Crafter. Über 800 Leute haben abgestimmt und mit über 40% hat dieses Fahrzeug gewonnen. Wir sind auf der POMOZ unterwegs, 2.46, haben einen Anhänger dran und sagen einfach mal Juhu. Ja, es geht los. So, wir versuchen so schnell wie möglich die über 360 Kilometer heute zu absolvieren und ja, mal gucken, ob das klappt. Gucken wir mal, ich sitze ganz schön tief. Na dann los. Ach, der Anhänger hängt, ist ja auch ein Anhänger. Ich habe, glaube, vergessen umzustellen auf LKW, auf PKW, aber wir haben LKW-Zulassung für diesen Kastenwagen und deswegen kann es durchaus sein, dass wir den ein oder anderen Blitzer kriegen, weil es ist soweit. Wir müssen so schnell wie möglich unsere Lieferung abgeben. Natürlich habe ich keine Lieferung drin. Warum auch? So, komm. Ja, der eine oder andere mag es ja, den Fun-Dienstag, aber ich mache es einfach mal. Uh. Oh, der lässt uns gut, alles klar. Oh. Und los. So, wir müssen auf jeden Fall so schnell wie möglich von A nach B fahren, ohne jegliche Komplikationen. A nach B fahren, ohne jegliche Komplikationen. Uh. 5.000, 41 zu viel. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Wir schalten mal nach außen. Der Anhänger ist natürlich keine richtige Hängerkupplung dran. Uh. Aber egal. Es funktioniert trotzdem. Wir gucken mal, wie schnell wir überhaupt fahren können mit dem Wagen. So lange wie wir noch auf der Autobahn sind. Dann fangen wir ja mal hier schnell hier rüber. Und wenn uns das Spiel schon sowas hier anbietet... Oh. Dann nutzen wir das auch. Mal hier unsere Runden zu drehen. Weiß gar nicht, war ich jetzt auf 140? Ich weiß nicht, ob der gedrosselt ist. Oh. Schranke? Ach, die Schranke war noch nicht oben, ne? Los, Attacke. Attacke. Ja, das ist hier, wie gesagt, glaube im Balkan sind wir, Balkanregion. Und da gibt es ja ein paar Strecken, die ich noch nicht abgefahren bin. Ihr seht es ja, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Mal gucken, wenn ich zu doll bremse, ob der Anhänger uns dann überholt. Ach, herrlich. Morgen wird es auf jeden Fall wieder einen Eurotrack-Simulator-Livestream geben. Ja. Oh, ohne zu gucken. Oh, das ist feuerfrei, Amerika. Wie wir hier die ganzen LKWs überholen. Oh, nein, hier gibt es ja diese ganzen verdammten Mautstellen. Oh, das ist ja wieder was. Das interessiert mich, ja. Ah, jetzt wollen sie auch noch Geld von mir. Okay. Hier. Ich glaube, wir fahren da noch nachher ein bisschen so Landstraße. Und dann gucken wir mal. Vielleicht mache ich ja jetzt immer noch eine Umfrage rein, welches Fahrzeug. Ich glaube, der zweite wäre der Mercedes gewesen. Vielleicht werden wir nächste Woche die Mercedes sehen. Gucken wir mal. Und langsam merkt man, dass es übelst warm ist. Also bei mir sind wir jetzt gerade fast 24 Grad in der Bude. In meinem Bunker. Na ja, also 140 schaffen wir auf jeden Fall. Ja, haben wir geschafft. Und dann hört es auch langsam auf. Oh, was ist denn los hier? Ja, wir schalten mal das aus. Ach, Grenzübergang. Wir sind hier rüber. Komm, wir lassen uns mal rein hier. Oh, ich habe doch keine Zeit, Freunde. Ich habe doch nie Zeit. So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt lang kommen. Da gab es erstmal einen ordentlichen Ruckler. Ach, ja, ich habe es ja als LKW zugelassen. Das Fahrzeug, darum muss ich jetzt hier langfahren. Ist es denn eigentlich auch so, wenn ich das Fahrzeug so als LKW zugelassen habe, wenn ich hier noch einen Anhänger dran habe, ob ich dann hier langfahren muss, oder kann ich dann auch bei einem Grenzübergang, so wie der da drüben, auch bei Pkw langfahren. Also das würde mich mal interessieren. So, das Gute ist ja, dass das Navigationssystem uns ja sagt, wo wir, in welches Land wir fahren, dass ich nicht ganz immer so dastehe, wie so ein Depp. So, jetzt müssen wir unsere Papiere erstmal kontrollieren. Naja, gut, dann machen wir das einfach mal. So, einmal hier meine Fahrzeugpapiere, Ausweis. Reisepass? Hm. Es kann durchaus sein, dass ich hier einen Reisepass brauche. Huch! Entschuldigung! Tut mir leid. Willkommen in Serbien. Ah, wir sind jetzt in Serbien. Aha! Gucke an. Dann fahren wir jetzt quasi nach Serbien rein. Ah, der guckt schon so böse. Äh, alles, alles okay, alles okay. Ich hab, ähm, alles angemeldet. Ah, ich glaube, die haben mich auf dem Kicker. Bin heute extra auch ohne Edeltraut gefahren, weil die wollte nicht mitkommen. Für ihr gab's keinen Platz. Ich fahr in geheimer Mission. Ich hab... ganz, ganz geheime Informationen hinten in meinem Anhänger. Ja, wir werden irgendwann im Euro Truck Simulator auch Autos fahren dürfen. Oh, was, wirklich? Und vielleicht auch Busse. Naja. Also mit den Autos, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, aber... Aber es gibt's ja, die Mod-Community, die macht das. Das sieht ein bisschen komisch aus hier hinten im Spiegel, die Anhänger, aber egal. Wir sind jetzt gleich wieder auf der Autobahn. Und jetzt, feuerfrei. Und... Komm, machen wir mal... So ein Seitenrennen hier... Oh nein, schon wieder eine Mautstation. Oh Maximus, was hab ich mir ausgesucht hier? Das kann doch nicht Warzenschwein sein. Das nimmt den ganzen Flow raus. Uh, ich wollte den mal durchhuschen. Aus, komm. Ach, ey, ist man so schön am Fahren und gleich wieder an der Mautstation. Himmel-Arsch anzuhauen. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? 230. Jetzt muss ich mal langsam ein bisschen Schubrakete geben. Oh, komm, überholen. Oh, jetzt haben wir eine schöne freie Bahn. Ah, schön. Ach, guck mal an. Jetzt können wir richtig lang blasen hier. Wie schnell war er? 103. Also 140 hat er auf jeden Fall geschafft. Ah, da merkt man so ein bisschen. Der schaukelt sich so ein bisschen auf. Uiuiuiui. Das kam hier schon vor, als wenn ich auf zwei Rädern nur fahre. Ja, das geht doch. 144. Jetzt mach ich mal das Navi aus, ey. Mehr als 140 oder 45 fährt er nicht. Wenn ihr natürlich schneller fahren könnt, dann könnt ihr das gerne ausprobieren. Los, Johnny, hau ab. Ich habe hier keine Zeit. Ich muss, äh, es gibt Mittag. Wir haben es gleich um 12 hier im Spiel. Oh, komm, Baby. Komm, hau ab. Was ist denn das für ein Ei? Wollte ich schon sagen. Oh, 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 oh. Ei. Also, es ist eigentlich nur Autobahn. Ich dachte hier, wir brauchen ein bisschen Landstraße. Ich glaube, da hinten müssen wir ab. Dann fahren wir auch Landstraße. Also, es wird dann halt ein bisschen tricky mit den Überholen. Ui. Ui. Ui, 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 ui. Ah, ich... Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Oh, Junge, Junge. Aber merkt denn, dass er irgendwie... ...auf die Seite, wo ich den einlenke, dann so ein bisschen leichter wird? Hahaha. Also, die Irnenseite. Aber so verhält er sich Autobahn-technisch echt gut. Nur, dass er halt irgendwie so ein bisschen gedrosselt ist. Ja. Aber ich sage mal so, wir sind jetzt fast bei... Ja, ja, vielleicht schaffen wir 150. Komm, 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 komm. 150, 150. Ah, schön. 150 kmh. Fahren wir hier auf der Autobahn lang. Mit Anhänger. Ja, er ist auf jeden Fall noch dran. Ui, 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 ui. Er wackelt, ja. Aber muss ich sagen, 150 ist eine ordentliche Geschwindigkeit. Mit der S-Klasse werden wir wahrscheinlich hier... Langsam bremsen, wenn ich so hart reingehe, dann... Ach, guck an. Fahren wir hier lang. Macht man nicht. Aber hier, mit seinem Peugeot hier. Ah ja. Ich habe sie immer noch drin, die Hupe. Ich habe noch keine bessere gefunden. Oder besser gesagt, ich habe nach keiner anderen so richtig gesucht. Ach, 140 km noch. Das läuft ja super. Äh, das läuft ja richtig super. Und da vorne kommt schon wieder eine Mauter... Äh, Station. Wir sind immer noch in Serbien. Naja, wir müssen ja halt ein bisschen vorsichtig hier unterwegs sein. Oh, Entschuldigung. Ich habe sie doch noch getroffen. Hm. Ach, verdammt. Aber es gab keine Strafe. Also war das alles noch korrekt? Wenn das Spiel sagt, keine Strafe... ...dann... ...ist alles gut. Ja, ach, ein Stück vorfahren musste ich. Manche... Hä? Ja gut, der muss erst mal Maut zahlen, bevor er hinterherkommt. Verlassen wir eigentlich das Land noch? Äh, das ist ja ein bisschen öde hier, nur Autobahn fahren. Habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir so viele Autobahnen hier haben. Äh, aber ich glaube, da vorne geht es dann wieder runter. Von der Autobahn. Und hier ist dann eine große Raststätte. Wie sieht es da aus mit dem Tank? Ja gut, Tank ist alles noch super. So. Rüber. Oh, was ist mit dem los? Oh, nein, nein, nein. Äh, es gibt wirklich so eine Leute, die ganz langsam hier auf der Autobahn fahren, wo die LKWs überholen müssen. Ohne die feine englische Art. Jetzt wird der wahrscheinlich den Bus gar nicht richtig überholen können. Hm. Na komm. Na komm. Fahr rüber. Was fahr ich rüber? Das, was man nicht macht. Das hat er mit Absicht gemacht. Weil er sagt hat, ey, der Crafter, das ist so ein tolles Fahrzeug. Au, 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 au. Ei, ei. Oh, bloß rein hier in den Karudel. Ei. Also, mit dem dann Außenkamera fahren, ist schon eine andere Hausnummer. Oh. Pfui, Katze. Das ist schon ein bisschen anders. Wie der Anhänger da hinten hin und her wedelt. Ich glaube, bei der Geschwindigkeit würde der Anhänger wahrscheinlich anfangen zu flattern. Und... Oh, wir müssen ab hier. Äh. Ja, das ist aber wirklich alles nur Polizei, oder? Ist das ein Polizeistaat? So. Okay, jetzt geht's los. Landstraße. Die Sache, die mir am meisten Spaß macht. Mit solchen Autos. Jetzt ist aber gut. Du hast mir doch schon mal eine Strafe gegeben. Oh, nein. So, warte mal. Wo holen wir jetzt lang? Waren wir hier lang? Bestimmt schneller. Es kommt Baby, 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 Baby. Ja, ja, ja. Ha. So, jetzt haben wir das Problem. Wir müssen die ganzen Autos hier überholen. Na, das kann ja was werden. So, warte mal. Nach vorne. Ach, LKW kommt. Schöner alter Volvo. Also, nicht so alt, aber... Oh, muss jetzt da einer rauskommen? Oder danach können wir? Ach, was, ich blinke, ey. Ich lasse das mit dem Blinken. Dann bin ich mit dem Kopf ganz woanders. Ah, ja, das ist nicht dein Ernst. Machen wir es ruhig hier. Huch. Ja, das läuft ja wie ein Länderspiel. Und hier kann ich jetzt überholen. Ah, schön. Los, Audi. Machen Fisch. Vielleicht mal ein bisschen näher drauf fahren, dass er merkt, dass er hier falsch auf der Seite ist. Komm. Ja, siehste, Opa. Bremse ruhig ab, wenn eine Kurve kommt. Man könnte ja auch ganz normal das Gaspedal wecken lassen. Was ist denn das hier? Oh, ein Kreisverkehr. Das hat aber wirklich gut gemacht. So, was ist denn hier los? Das ist aber doof gelaufen. Ja. Habt ihr nicht gesehen? Das habt ihr nicht gesehen. Ach, so schnell wie möglich von A nach B kommen. Ey, 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 der Trusch war hier. Wer hat denn den Zaun hierhin gebaut? Boah, ich fühle mich wie so ein Formel-1-Fahrer. Krass. Das macht Laune. Ey, das macht echt Laune, dieses verrückte Fahren. Oh, wo geht's hier lang? Oh, verdammt. Ach, komm, ein paar Minuten fahren wir noch durch die Gegend hier. Wir machen jetzt, ähm... Oh, hier, Chef, sein Auto. Komm, Chef, sein Auto. Ach, ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Aber wo geht's lang? Wir können ja gerne nochmal die Straße hier zurückfahren. Ohne anzuhalten. Ohne anzuhalten versuchen wir jetzt mal hier lang zu fahren. Ach, wie hieß denn der Film nochmal, äh, wo der, der Bus unter eine gewisse Geschwindigkeit nicht fahren durfte. So fühle ich mich jetzt gerade. Ach, komm, jetzt nehmen wir mal die andere, den, 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 den kleinen Bogen hier. Oh, wie viele Autos habe ich hier eigentlich jetzt schon überholt? Das würde mich immer interessieren. Ich muss in einer gewissen Strecke so und so viele Autos überholen. Aber nur auf der Landstraße, das zählt. Das könnte man doch eigentlich mal machen als kleine Aufgabe. Ohne anzuhalten. Ah, das war jetzt aber auch ganz gut. Kann das Auto eigentlich auch fliegen? Da könnte man mal in den Kreisverkehr mal reindonnern und mal gucken, ob der fliegt. Ja, das machen wir. Als grünen Abschluss. Machen wir mal richtig Blödsinn. Pff. Hier ist der Kreisverkehr. Wir müssen den anderen Kreisverkehr nehmen. Ich brauche ein bisschen Schwung. Halt, stehen bleiben oder ich schieße. Oh, pass auf, da. Guck an, da ist noch ein richtig schönes Kreuz. Vielleicht hängen wir da oben. Komm. Komm. Ja, komm. Na toll. Das war alles. Kann man hier gar nicht so lang fahren? Warte mal. Na doch, das geht. Ah, nee, das geht nicht. Na, pass mal auf. Pass mal auf. Ich setze mal das Auto hier hinten hin. Machen wir mal ein bisschen... Jetzt machen wir nochmal richtig Blödsinn. Da dürfen wir nicht zu weit nach... in die Mitte fahren. Oder wir müssen den anderen Kreisverkehr nehmen. Nur fliegen ist schön, ne? Oh, der Crafter, ey, der gefällt mir schon. Also vom Optischen sehr, sehr hübsches Fahrzeug. Und jetzt fahren wir einfach mal so lang. Ah, fährt jetzt der andere Kreisverkehr besser. Wo kommst du denn her? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo. Ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Also, ihr wolltet Crafter sehen. Ihr habt Crafter gesehen. Maximus kann kein Crafter fahren. Und... Ja, es ist schon ein bisschen was anderes, wenn man mit einem Anhänger unterwegs ist. Aber ihr könnt gerne natürlich sagen, wie wir das nächste Mal diesen Fun-Dienstag machen. Das ist natürlich alles ein bisschen Quatsch. Natürlich, aber... Völlig egal. Ich habe Lust auf Quatsch. Mit dem Wort mache ich erstmal einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.